Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, die Los Amigos ist gerade vorüber, aber leider hört man eher weniger, wie toll es war, wie viel Spaß die Leute hatten. Denn das Ganze hat einen Grund, und zwar das con-exklusive Masters of the Universe Origins 2-Pack mit He-Man und Skeletor. Aber was extra speziell nicht nur für die Los Amigos, sondern auch für die CraySkullCon produziert wurde in Zusammenarbeit mit Mattel. Ja, eigentlich dreht sich jetzt alles nach der Los Amigos nur noch um dieses Set. Warum? Natürlich mal wieder das übliche, die Scalper sind unterwegs. Die sind jetzt nicht nur nach der Convention unterwegs, die waren auch schon während der Convention unterwegs. Der ein oder andere hat es sicherlich mitbekommen, die Convention war kaum gestartet, war schon das erste 2-Pack auf Ebay Kleinanzeigen zu finden für 350 Euro. Für alle, die da noch nicht so Bescheid wissen, keine Gewähr für die folgenden Informationen. Also das normale 2-Pack ohne Acrylbox hat, glaube ich, 40 Euro gekostet und mit Acrylbox 60 Euro. Die Acrylbox, die war auch nochmal speziell für, also mit Aufklebern oder Gravur und so und so. Die war aber nochmal speziell limitiert. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Zusammenhang die limitiert war. Das wird bestimmt irgendeiner in den Kommentaren genauer aufklären können. Auf jeden Fall gab es von den Versionen ohne Acrylbox weitaus mehr. Das spielt aber letztendlich jetzt keine Rolle mehr, denn ich sag mal zu 90-95% die 2-Packs, die aktuell bei Ebay Kleinanzeigen und auf Ebay zu finden sind, die sind alle ohne Acrylbox preislich, schenken die sich aber allerdings nicht. Die meisten wollen so 300 Euro aufwärts haben, wenn man da mal was für 200 Euro findet, ist es schon fast ein Schnäppchen. Aber man muss halt auch sagen, es sind auch Auktionen am Laufen, wo der Preis auch schon über 200 Euro ist. Dementsprechend hat man da schon so einen kleinen Richtwert. Die Wut, der Ärger, der Hass ist natürlich groß bei den Leuten, die kein Tupac bekommen haben. Denn es soll wohl so gewesen sein, dass diverse Käufer da wohl mit mehreren rausspaziert sind. Private und gewerbliche. Und da ist der Ärger natürlich groß, weil viele sagen, ein Stück pro Abgabe hätte es auch getan. Allerdings war es wohl auch so, dass man Vorbestellungen von Bekannten halt auch abholen konnte. Man weiß also nicht, waren die Leute, die es vielleicht vier Stück hatten, haben die für drei Bekannte was mitgenommen, wie der Peter zum Beispiel, der hat ja auch für Bekannte was mitgenommen. Oder haben die sich mit Fake-Namen da was vorbestellt und haben sich das alles selber abgegriffen. Damit sind wir auch schon bei einem wichtigen Punkt, das Thema Vorbestellung. Lustigerweise kommen jetzt mehr Interessenten, ich sag's mal provokativ, aus den Löchern, die jetzt unbedingt noch dieses Tupac haben wollen, am besten natürlich zum Normalpreis, von denen man seit April im Prinzip nichts gehört hat. Denn die Vorbestellerphase hatte im April angefangen, da konnte man sich dieses Set vorbestellen, sich dieses Set sichern, um es dann auch hundertprozentig auf der Con abholen zu können. Vielleicht hat es sich bei diesen Vorbestellern auch um das Set mit der Acrylbox gehandelt. Aber wie gesagt, bitte schreibt das mal einer haargenau in die Kommentare. Also, seit April konnte man das Teil vorbestellen, es gab eine Vorbestellerphase. Danach gab es vereinzelt so ein paar Leute, immer umso näher die Convention kam, gab es immer ein paar einzelne Leute, die gesagt haben, ja, ich hab das verpasst, kann mir einer was mitbringen, so und so. Und jetzt, wo die Convention vorbei ist und man sieht, hey, das Teil, das wird für 200, 300 Euro angeboten, jetzt kommen auf einmal alle möglichen Leute aus den Löchern, wollen so ein Teil am besten zum Selbstkostenpreis haben, weil sie es aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft haben. Das Ganze nimmt jetzt leider auch solche Ausmaße an, dass jetzt sogar die ersten Stimmen laut werden, die jetzt direkt auf die Betreiber der Convention losgehen und denen Vorwürfe machen, warum man sowas auch wirklich nur konnexklusiv anbieten kann. Was für eine absolute Frechheit das wäre, dass man das abholen müsste, und das wäre ja total unfair. Absolut verständnislose Kommentare. Da möchte ich doch ganz klar mal sagen, haltet mal schön den Ball flach, liebe Leute. Wahrscheinlich hat das Ganze jetzt Ausmaße angenommen, was auch die Produzenten, nenne ich es jetzt mal, dieses Sets, gar nicht so wollten. Das sollte ein kleines Dankeschön sein zum 40-jährigen Bestehen von Masters of the Universe. Für die Convention-Besucher wurde das exklusiv erstellt. Die verdienen da wahrscheinlich kaum dran was. Es gab auch von Mattel angeblich die Forderung, dass es dieses Set wirklich nur auf den Conventions zu erwerben gibt, sprich abholen, dass die es nicht verschicken dürfen. Das heißt, man muss halt seinen Allerwertesten auf so eine Convention schleppen und a, entweder sein vorbestelltes Produkt abholen oder b, auf gut Glück hinfahren, sich in eine Schlange stellen, möglicherweise da lange drin stehen, etwas Glück haben, das Teil dann auch zu bekommen, oder man hat halt Pech und steht lange in der Schlange und auf einmal heißt, tut mir leid, alles sind ausverkauft. Ja, so ist das. Das ist in Amerika gang und gäbe und das gibt es auch wirklich ab und zu mal in Deutschland. Dass das Ganze jetzt natürlich solche Ausmaße annimmt, was die Geforderten, kann man ja kaum noch sagen. Also es werden zwar, wie gesagt, 300 Euro teilweise aufwärts gefordert, aber ich sag mal, die Community ist nicht ganz schuldlos, denn wenn ich Auktionen sehe, Sofortkaufangebote, die dann scheinbar, man weiß es ja nie wirklich, scheinbar verkauft werden für 200 Euro oder wenn da schon Gebote drauf sind über 200 Euro, oder wenn schon in Gruppen Tauschangebote gemacht werden im Wert von 200 Euro, dann darf sich wirklich niemand beschweren, dass diese Leute da sich zudecken mit solchen Sets und auf gut Glück halt einfach mal raushauen. Um Gottes Willen, ich verteufel diese Skalper und denen sollen alle Hände abfallen, denn für mich sind das keine Masters of Universe Fans, für mich sind das auch keine Sammler. Das Ganze hat Eintritt gekostet auf der Convention, es wurde also Eintritt bezahlt, um dorthin zu gehen, um sich ein Set, wahrscheinlich aber eher mehrere Sets abzugreifen. Vielleicht wird hier und da noch sogar ein netter Blausch gehalten mit Gleichgesinnten. Kaum ist mal die Tür draußen, stellt man das Teil dann auf Ebay. Also für mich ist das unterste Schublade. Es wird wahrscheinlich keiner was sagen, wenn diese Leute sich diese Teile kaufen, mit nach Hause nehmen und irgendwann in zwei, drei Jahren tauchen die dann auf auf Ebay, vielleicht dann auch für diese 300 Euro, aber dann sind halt zwei, drei Jahre vergangen und gehen nicht raus und machen gefühlt auf dem Parkplatz noch das Foto und stellen es auf Ebay ein. Also das ist für mich wirklich ganz, 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 ganz weit unten anzusehen. Nicht nur in der Community, es betrifft nicht nur die Masters of Universe Community, die Filmsammler-Community kennt das ja auch beim Thema Mediabooks, gerade wenn es um limitierte Sachen geht, dass da Teile direkt aufgekauft werden und zum offiziellen Release direkt dann zum doppelten Preis mal ein Minimum angeboten werden. Das ist in vielen Bereichen. Es bringt eigentlich nichts, sich immer wieder darüber aufzuregen. Man macht es aber verständlicherweise dann doch trotzdem, weil manch einer oder viele halt noch diese Naivität haben, ich auch, die einem sagen, ja, wir sind doch alles erwachsene Menschen. Wir sind doch alles, sagen wir mal, Fans von Masters of Universe, Fans von dem, was wir sammeln. und wir können es meistens auch nicht verstehen, warum es da tatsächlich noch Leute gibt, die dann hingehen, sich das Zeug einpacken und dann rausgehen und verhökern. Und das Krasse ist ja halt, es hat ja nicht mit 100 Euro angefangen oder mit 150, sondern direkt mit 350 und hat sich jetzt so wirklich bei 300 Euro Wunschpreis eingependelt. Das ist ja nochmal, ja, je nachdem, bei der Acrylbox 5- bis 6-fache vom Preis, beim normalen Set schon 8- bis 9-fache vom Preis und das ist halt wirklich heftig und traurig. Das gleiche Thema mit den Scalpern hatten wir doch auch beim Thema Retrofabrik und ihren neuen EH-Paar-Sammelbändern beziehungsweise die Neuauflagen und den limitierten Covern. Dort ist doch genau das gleiche passiert. Es gab eine Variante, die für jedermann unlimitiert verfügbar war und dann gab es ja immer drei limitierte Bände und auch da war es doch so, dass die limitierten Bände ruckzuck ausverkauft waren und kurze Zeit später auch dann bei Ebay und Co. zu Minimum dem doppelten Preis eingestellt wurden. Ich sehe jetzt heute noch welche, wo sie 80 Euro pro Band wollen, also das dürfte so knapp das Vierfache vom normalen Band sein, also vom Preis her. Das ist genau das gleiche Spiel, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das sind keine Fans, das sind keine Sammler, die wollen einfach einen schnellen Euro machen. Für alle, die jetzt noch ein Set haben wollen, noch ein kleiner Tipp, das ist nicht wirklich ein Tipp, aber vielleicht sollte man das halt wissen, wenn man so ein Set haben möchte noch. Es gab dazu auch einen Beitrag gestern auf Facebook, der wurde aber ein bisschen missverstanden und zwar gibt es auf Ebay Kleinanzeigen eine Anzeige für 45 Euro, die missverstanden wurde, dass man das Set da vorbestellen kann für 45 Euro. Das ist jetzt aber nicht korrekt, denn das Ganze kommt, glaube ich, aus dem Kreis der Veranstalter der Greyskull Convention. Die findet statt am 2., 3., 4. September, sowas, und den Dreh in Lenne statt. Die wollten nur noch mal darauf hinweisen, dass es dieses Masters of Universe Origins 2 Pack auch dort auf der Convention gibt, denn das wurde halt für die Los Amigos und für die Greyskull Convention hergestellt. Die hatten auch, glaube ich, eine bestimmte Zahl von Vorbestellungen plus, was noch oben drauf gelegt wird, für den freien Verkauf. Jeder, der so ein Set unbedingt haben möchte, der muss wohl oder übel am Tag 1 auf der Greyskull Convention sein, sich in die Schlange stellen und dann auf gut Glück noch drankommen, um sich so ein Set zum Original-Selbstkostenpreis dann besorgen zu können. Die eBay-Kleinanzeige ist nicht dafür da, um irgendwie eine Vorbestellung oder Sonstiges abgeben zu können oder geschweige denn zu bestellen und heimschicken zu lassen. Die Vorbestellerphase ist, wie gesagt, schon lange vorbei. Es ist einfach nur ein Hinweis für die Leute, die das suchen, dass sie jetzt nicht 200, 300 Euro oder vielleicht sind sie auch bald noch mehr, dass die das Geld nicht zahlen, sondern vielleicht mit etwas Glück wohnt ja jemand in der Nähe von Lennestadt oder erkennt jemanden, der zufälligerweise auf der Greyskull Convention ist und sich da in die Reihe stellt. Das ist einfach nur ein Hinweis, dass man dort dieses Set dann noch bekommen kann im September. Ich persönlich habe, wie gesagt, mich nicht um so ein Set bemüht. Ich hatte mal eine Zeit lang drüber nachgedacht, hätte es auch beinahe mal vorbestellt, aber dann war ich nicht hundertprozentig überzeugt, war ebenfalls nicht hundertprozentig sicher, dass ich auf die Los Amigos gehe und hatte dementsprechend die Vorbestellerphase dann auch versäumt beziehungsweise einen Haken dran gemacht. Hätte ich das Set jetzt auf der Convention eventuell noch mal kaufen können, hätte ich wahrscheinlich noch mal drüber nachgedacht und die Chancen wären wahrscheinlich auch nicht schlecht gewesen, dass ich mir dieses Set gekauft hätte, weil es halt eine schöne Hommage an das alte Vintage-Two-Pack ist, aber vor allen Dingen, es wäre halt eine Erinnerung, eine exklusive, limitierte Erinnerung gewesen an diese Convention. Letztendlich muss man es realistisch sehen, es steckt zwar viel Zeit drin, viele Mühen hinter den Kulissen, wahrscheinlich auch mit Mattel und allem drum und dran, aber letztendlich sind es halt nur zwei Masters of the Universe Origins Figuren, He-Man und Skeletor, die man beide, sagen wir mal, für unter 20 Euro mittlerweile bekommt. Also es ist wirklich eine schöne Edition, ich will es jetzt nicht schlechtreden, aber Leute, es ist beim besten Willen nie im Leben 300 Euro wert. Wer wirklich überlegt, diese 200, 300 Euro zu zahlen, der darf das gerne machen. Jeder kann mit seinem Geld machen, was er will, aber dann darf man sich halt auch nicht beschweren, dass man solchen Scalpern eine Plattform bietet, denn diese Leute, man muss es sagen, wie es ist, die haben das von ihrem eigenen Geld gekauft, ja, sie sind jetzt Eigentümer dieses Produktes, was, wie viele auch immer sie bekommen haben, sie können damit machen, was sie wollen. Ob das jetzt moralisch in Ordnung ist oder unterste Schublade, das sind viele Leute verschiedene Meinungen, ich sag mal, in der Community gibt es auch Leute, die sagen, was regt ihr euch auf, die Leute können machen, was ihr wollt, die meisten ärgern sich natürlich, aber so ist das halt heutzutage, man schaut halt oft drauf, dass man ein paar Euro gut machen kann, unser Eins macht das wahrscheinlich auch schon mal in irgendeiner Art und Weise, wenn er was verkauft, gerade alte Sachen werden wahrscheinlich nicht zum Selbstkostenpreis oder zum Anschaffungspreis verkauft, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, der Punkt ist halt einfach nur der, dass die Leute im Prinzip praktisch aus der Tür rausgehen und das Teil direkt dann fürs Neunfache vom Preis einstellen und damit würde ich sagen, haben wir das Ganze jetzt auch noch mal angesprochen, ich bin mal gespannt auf eure Meinungen und Kommentare zu diesem Thema, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, ich wollte mir hier erst ein Script hinlegen, aber ich habe es jetzt mal so versucht, falls ich was vergessen habe, werde ich mich selbst am meisten drüber ärgern, aber ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag, regt euch nicht so viel auf, das macht es nicht besser. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos, macht es gut, ciao, ciao.